Hallo ihr Lieben! Heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um das neue Buch von Jennifer Alamontraud gehen und zwar Golden Dynasty, brennender als Sehnsucht. Das ist der zweite Teil der DeVincent-Reihe und ich habe das Buch gelesen, ich liebe das Buch und ja, ich erzähle euch jetzt näheres in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Als kleine Info am Anfang wie immer vorweg, ich habe das Buch her netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch von euch bekommen habe und ja, das Buch kam hier an. Ich habe es dann an dem Tag noch liegen lassen und habe gedacht, nein, heute noch nicht. Habe dann am nächsten Tag mir das Buch gekrallt und habe es fast fertig gelesen. Ich bin nicht ganz, ganz komplett fertig geworden an dem einen Tag. Ich hatte noch so 80 Seiten ungefähr, die ich dann am nächsten Tag fertig gelesen habe und dieses Buch hatte einfach wieder so eine krasse Sogwirkung auf mich. Dieses Buch hat mich einfach so komplett so eingesaugt und ich wollte dann unbedingt wissen, was passiert. Ich wollte wissen, wie das weitergeht. Ich wollte wissen, wie sich die Geschichte entwickelt. Ich wollte wissen, was so hinter dem Ganzen steht und das Ende war einfach so gut. Es war einfach so gut, was da am Ende passiert ist. Und ja, Jennifer Armitraud hat es auf jeden Fall hier wieder geschafft, mich komplett einzufangen, mich komplett mitzunehmen in die Geschichte und dafür liebe ich diese Frau einfach. Ich liebe diese Frau einfach. Jennifer Armitraud, ihr Schreibstil ist einfach echt 100% on point mein Geschmack und das kann ich immer wieder nur sagen. Diese Frau schafft es immer wieder, mich in ihren Bann zu ziehen mit den Geschichten, die sie schreibt. Dieses Buch ist keine Geschichte, die extrem dramatisch ist, die extrem spannend ist, wo extrem was Krasses passiert oder so, sondern es ist eine Liebesgeschichte, die schon ein bisschen außergewöhnlich ist, aber es ist trotzdem die ganze Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, das mag ich einfach total und das zieht mich immer wieder in den Bann. Deswegen, I love Jennifer Armitraud und ihre Bücher. Ja, in dieser Geschichte hier geht es um Nikki und Nikki ist die Tochter der Haushälter von den DeVincents. Also ihr Vater ist der Butler und ihre Mutter ist die Hauswirtschaftlerin quasi der DeVincents und kümmert sich so ums Kochen, Putzen und den ganzen Kram. Wie gesagt, ihr Vater ist so der Butler. Und Nikki ist dadurch halt quasi im Haus der DeVincents auch mit aufgewachsen. Sie ist mit den Brüdern zusammen aufgewachsen. Sie ist einige Jahre jünger wie die Jungs, aber sie sind quasi wie Brüder für sie gewesen. Und ja, als Nikki eine Jugendliche war, hat sie aber gemerkt, dass sie für einen von den Brüdern mehr empfindet und das ist Gabriel. Und ja, wie man halt mit 16 so ist, da ist man jung und dumm und sie hat sich halt, wie gesagt, total verliebt ihm gegenüber aufgeführt und das Ganze gipfelte sich dann, als sie 18 Jahre alt war, dahin, ja, dass sie nachts vor seinem Fenster stand und er betrunken war und sie die Nacht zusammen verbracht haben. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil wie gesagt, sie ist die Tochter der Angestellten und sie ist zehn Jahre jünger wie er und sie war damals gerade 18. Und ja, er hat dann die Nacht mit ihr verbracht und das wollte er nicht. Er wollte damals ja auch nichts von ihr. Er hat sie halt eher so als kleine Schwester gesehen und das hat halt auch die Freundschaft von den beiden damals dann zerstört. Und nach dieser Nacht ist Nikki einfach verschwunden. Sie ist auf College gegangen und hat das alles hinter sich gelassen, war nie wieder zu Hause, hat sich nie wieder gemeldet und ja, hat versucht, das einfach alles hinter sich zu lassen. Und die Geschichte setzt jetzt an einen Punkt an, wo Nikki mit dem College fertig ist. Sie ist 22 Jahre alt und sie überlegt jetzt gerade, was sie im Leben weiteres machen möchte. Möchte sie ihren Master machen? Möchte sie arbeiten? Möchte sie irgendwelche zusätzlichen Studiengänge noch besuchen? Und ja, die Frage stellt sie sich gerade und es ist so, dass ihre Mutter sehr schwer krank ist. Sie hat Krebs und jetzt brauchen die DeVincents quasi eine neue Hauswirtschaftlerin. Und diese Stelle übernimmt jetzt Nikki für ihre Mutter, denn sie finden einfach keine geeignete Kandidatin. Und Nikki kennt das ja alles. Sie ist ja damit aufgewachsen und groß geworden. Und sie weiß, dass sie da sehr verschwiegen sein muss und alles. Und ja, deswegen wird sie halt von Devlin als Ersatz eingestellt und ja, ist damit dann wieder im Hause der DeVincents. Und es kommt dann natürlich so, wie es kommen musste und sie trifft dann auf Gabriel. Und Gabriel macht ihr eine übelste Szene zu der Sache von vor vier Jahren und geigt ihr da nochmal so richtig die Meinung. Und verletzt sie da auch sehr und sagt ihr auch, was er von ihr hält und was er für eine Meinung von ihr hat. Und das ist nichts Gutes. Und Nikki kann das natürlich ein Stück weit verstehen, aber sie sagt dann halt, hey, das ist vier Jahre her. Ich war damals 18. Ich war jung und dumm und es tut mir leid. Und ich würde diesen Fehler nie wieder machen. Und er sagt, ja, jetzt bist du 22. Das ist nicht wirklich viel älter. Und ich glaube nicht, dass du dich da so verändert hast. Und ja, behandelt sie dann halt auch sehr, sehr mies. Und Nikki versucht dann halt so damit umzugehen. Und dann entwickelt sich die Geschichte weiter. Und es gibt dann so einen ganz bestimmten Punkt in der Geschichte, da ändert sich das Ganze dann. Und ja, von dem Moment an verändert sich dann auch die Beziehung zwischen Nikki und Gabriel. Und Nikki muss sich die Frage stellen, sollte sie nochmal Gefühle für Gabriel zulassen oder sollte sie sie einfach sein lassen und versuchen, sich von ihm so weit wie möglich fernzuhalten. Und was mit den beiden im Endeffekt passiert, das ist es, worum es in dieser Geschichte geht. Ich fand die Geschichte wirklich toll, denn Nikki ist eine sehr, sehr taffe junge Frau. Sie steht zu ihren Fehlern und sie sagt, hey, ich habe Scheiße begangen und es tut mir einfach unglaublich leid. Und er lässt sie dann halt am Anfang so total auflaufen, was ich auch gut verstehen kann aus seiner Sicht. Und ich verstehe sie halt, dass sie sich dann auch so von ihm fernhält und ihn gehen lässt. Und also ich konnte das komplett nachvollziehen, wie die Charaktere hier agiert haben. Es war komplett verständlich für mich. Und ich fand es halt einfach schön zu sehen, wie sich das Ganze dann verändert hat, wie sich das Ganze dann entwickelt hat, wie die beiden sich verändert haben. Und wie sie so Stück für Stück für Stück so ein bisschen auch immer mehr zueinander gefunden haben. Das war richtig toll zu sehen. Und ja, auch das, was an dieser Geschichte noch so mit drin vorkommt, fand ich wieder richtig gut. Es gibt hier wieder, wie im ersten Teil, so diese kleinen paranormalen Aspekte. Das Vorhänge wehen, Türen gehen einfach auf und zu, Gläser verrücken sich. Das fand ich wieder richtig cool, dass das in diesem Buch auch wieder mit aufgegriffen wurde und wieder mit drin vorkam. Das hat für mich wieder so diesen kleinen Grusel-Effekt gehabt. Und ja, auch diese andere Geschichte, die da im Hintergrund noch erzählt wird, war richtig gut. Also es passiert ja dann in dieser Geschichte noch einiges mehr. Es wird am Ende nochmal richtig krass und richtig übel. Und ich dachte mir am Ende so, what the fuck? Was geht hier ab? Alter, wie krass sind die denn drauf? Alter! Also nicht Dieter Vincent, sondern andere sind krass drauf. Und also das war wirklich gut. Also die Geschichte ist richtig cool erzählt. Wie gesagt, diese Liebesgeschichte steht im Vordergrund, aber es passiert halt um die Familie noch so viel mehr. Und ja, ich bin jetzt nach dem zweiten Teil unglaublich auf den dritten gespannt. Denn im dritten Teil geht es ja um Devlin und Rosie. Und man lernt ja Devlin im ersten Teil schon kennen. Und man weiß, dass er ein sehr, sehr kalter, abgeklärter, gefühlloser Mensch ist. Und dann lernt man seinen Gegenpart Rosie jetzt hier im zweiten Teil kennen. Denn Rosie ist die beste Freundin von Niki. Und Rosie ist so ganz anders wie Devlin. Sie ist sehr spirituell und ein sehr, sehr offener Mensch und ein sehr gefühlvoller Mensch. Und auch wirklich eine richtig toughe Frau. Und am Ende vom zweiten Teil treffen die beiden dann so das erste Mal aufeinander. Und das ist sofort so... Und ich dachte mir so, cool, bitte, bitte, bitte macht das im dritten Teil, dass das so weitergeht. Ich finde das immer so witzig, wenn zwar Charaktere, die sehr, sehr stark sind, sich dann so richtig angiften. Ich finde das einfach sehr unterhaltsam. Und ich freue mich, was das betrifft, jetzt auch mega auf den dritten Teil. Und ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich kann da echt Ende des Jahres, ich glaube, September kommt der dritte Teil raus. Ich kann es nicht erwarten, den zu lesen. Ich muss den unbedingt lesen, der wird bestimmt so gut. Aber auf jeden Fall hat mir der zweite auch richtig gut gefallen. Wie gesagt, die Geschichte von Niki und Gabriel fand ich persönlich sogar noch einen Tag noch besser, wie die von Lucien und Julia. Obwohl die von der Dramatik und dem Ganzen her, dem in nichts nachsteht. Also Jennifer von Armutraut, die haut da immer Wendungen raus, wo du dir denkst so, meine Fresse, was geht hier ab? Und ja, ich finde die Reihe bisher einfach ganz, ganz toll. Ich freue mich auf den dritten Teil. Was den Inhalt dieser Geschichte betrifft, hat es mir gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, hat es mir gut gefallen. Was das Setting betrifft, hat es mir mega gut gefallen. Wir sind hier wieder auf dem Anwesen der DeVincent und dieser alten herrschaftlichen Villa. Und die Geschichte spielt streckenweise auch noch in New Orleans. Und es ist einfach so cool vom Setting her wieder gemacht. Ich habe bei Jennifer von Armutraut ja auch null Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Das hatte ich ja noch nie. Und vom Schreibstil her kann ich immer wieder sagen, 100% mein Geschmack. Sarkastisch, witzig, romantisch, erotiklastig. Einfach die perfekte Mischung für mich. Ich liebe dieses Buch. Und ja, wenn ihr solche Bücher mögt, schaut euch Golden Dynasty auf jeden Fall an. Die Geschichte von Gabriel und Niki ist einfach so verdammt gut, dass ich sie euch wirklich nur empfehlen kann. Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch und freue mich jetzt sehr auf den dritten Teil. Und mehr kann ich dazu im Endeffekt jetzt auch nicht sagen. Wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und lese dieses Buch. Es ist so gut. Ta, ta, ta. Bis dann.